Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defined. Ich weiß nicht, was mich dazu verleitet, dieses Spiel wieder zu spielen, vor allen Dingen nach was immer passiert ist, aber ich dachte mir, ja, wir spielen mal wieder ohne Rang und die eingepasste Plays. Das ist das letzte Video, wo ich mit der OBS Hintergrundgeräuschreduzierung spreche, danach mache ich es in Adobe, hat einfach den Grund, weil es einfach teilweise abhackt, die Qualität darunter leidet und so weiter, ja. Wollte ich nur kurz sagen und, ja, los geht's in der Runde. Perfekt, dass ich einfach jetzt schon vier Minuten warte. Das sind auch wirklich immer die letzten zwei Spieler, ne? Ach, Leute, elf Minuten. Ah, oh, ein nächster, oh, jetzt. Gut, ich weiß ja nicht, was jetzt so lange gedauert hat, ein Spiel zu finden, vor allen Dingen hat der Star Trek schon selbst aufgehört, das hat auch kein Bock mehr. Aber, ja, eine Fakur 6 wäre ein kleines Dorf, das wollte ich auch demnächst nochmal spielen und, ja, elf Minuten habe ich jetzt gewartet oder zwölf sogar. Ähm, gut, karte ich raus und dann gehen wir ab in eine Runde. Eigentlich sind sie ja gut. Das einzige, der einzige Nachteil an denen ist so ein bisschen, ähm, dieses, dieses, äh, Schildding, das sie als Skill haben. Gut, dann lasst uns mal losgehen. Drei, zwei, eins. Ich bin mal gesp... Wieso habe ich ein Dief... Achso, achso, okay, gut, alles gut, alles gut. Ich hatte kurz ein bisschen Panik, weil, äh, ja. Ähm, da muss ich auch nochmal neu einstellen, so mag ich das. Ich liebe einstellen, es macht so viel Spaß. Gut, ähm, über meinen Aim sprechen wir heute nicht. Muss aber auch ehrlicherweise zugeben, dass ich... Oh, was ist denn das? Ich sitze so verkrampft irgendwie. Oder ich bin so verkrampft, nicht? Ich sitze... Und mich nervt so ein Haar in meinem Gesicht, äh. Ja, ich muss wirklich, glaube ich, nochmal einfach reinkommen. Ja. Irgendwie bin ich heute... Ich bin heute wirklich, also... So mäßig ein bisschen verkrampft, wirklich, also... Ja, guck mal, da bin ich doch schon wieder. Hä, wechsel deine Waffe. Ach, diese Brandmunition. Was, äh... Bin ich froh, dass es einen Übersteuerungsschutz gibt. Nein, mh... Hm, hm, hm. Ich liebe dich, Brandmunition. Ich liebe dich. Da hab ich doch welche gehört. Ach, doch... Le... Ah, perfekt. Komm mal, komm mal, komm mal. Wo, 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 wo! Wo, 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 wo... Das wird geil! Und der ist auch hier. Boah! Baba, Baba. Das ist Baba. What a kill. Gut, die haben da drüben... Oh, Kinder, das muss ich euch wirklich jetzt... The fact... Dieser Fact, dass ich immer alles retten muss hier. In den Runden... Nein, Brandmunition, nein. Danke. Wie hat die mich um die Ecke bekommen gerade? Also dieses Geschießdinge da. Gucken wir mal. Ja, okay. Ja, weckere Alter, hier, ne? Guck mal, hier. Ehrlich, solche Leute hasse ich. Die noch Bunnyhop um einen rummachen. Ich meine, so ist ja noch okay, aber... Bunnyhop... Ehrlich, die können sich ganz schnell aus diesem Game verpissen. Die erste Runde, die aber ansatzweise in Headshot läuft. Also muss ich ja immer sagen, ne? Ach, Kinders. Kass. Heck. Wieso? Gut, weiter geht's. Junge, er läuft mir in den Weg. Ich glaub's wirklich manchmal. Gut, machen wir mal weiter. Einfach Campingposition, ne? Also mal for real. Hey, jetzt mal ernsthaft. Lol. Das ist einfach for real, die Campingposition pur. Einfach... Oh, lol. Och, nee. Doof. Und das ist doch nicht deren Ernst. Junge, was? Wieso seid ihr nicht hinter mir? Wieso hab ich immer nur so ein Drang, das Spiel zu spielen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine gute Therapie oder so. Psychotherapie. Alter, das könnte ich mir vorstellen. Lauf doch in nem Team dahin. Scheiße. Jetzt hab ich meine... Jesus. Wie kann man so blöd sein? Ach, Kinder. Ist alles muss man wie viel... Ach, du Scheiße. Ja, gut. Meine KD geht. Aber guck mal, ich bin... Warum hat der 23 Kills und ist Level 1? Wieso seid ihr nicht an der... Jesus, warum seid ihr nicht an der Scheißzone? Junge. Junge, geht zur... Leck. Komm. Gar nicht. Ehrlich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, wir haben verloren. Wir können nix mehr machen. Dieses Team ist so doof. Das ist dümmer als die Lehrer heutzutage, ja? Wie kann man so blöd sein? Kommt jetzt. Kommt jetzt. Hilft mir einer. Einer muss mir helfen. Einer muss mir helfen. Kommt. Einer muss mir helfen. Einer muss mir helfen. Kommt zu mir. Kommt. Scheiße. Ja, wir haben verloren. Kurz so einfach, was passiert ist. Ich bin mega ausgerastet. Ich kann das aber nicht drin lassen. Gut, weiter geht's mit dem Ende. Geil. Wenn ich so sage, wir kriegen, kriegen wir Level für die Scheiß-MP. Ah, Jesus. Ehrlich nicht. Gut, ich würde sagen, das war's dann wieder mit noch unendlich. Ich hab mich wieder erfolgreich aufgeregt. Ich kann nicht mehr. Wir sind uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist gerne ein Like und ein Abo da. Und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.